Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf St. Calais. In St. Calais Krimi. Wir wollen eben Frischgras mähen. Dann ein paar Ballen rauspressen. Und dann haben wir die nämlich auch einen Hof. Sicher ist sicher. Wir gehen so und hier und da und da ist er nicht gesehen. Und willst du nicht wissen? Ich weiß zwar nicht, ob die weggammeln. Aber wir mähen jetzt so ein kleines Stück eben. Dafür habe ich da ein dicker Moped-X raus in den Stall geholt. Weil den muss doch der reißen. Kannst du nicht immer mit der dicken Technik fahren? Obwohl das hier auf der Korte echt angebracht ist. Dicke Technik, ne? Das machen kannst du ja nicht so. Machen wir mal einen Blinker an. Da kommt glaube ich nichts, ne? Ich wollte hier nehmen, ne? Hier hatte ich mir so überlegt. Hier im Ball sind wir eben Frischgras ab. Oh, die Schitter. Da kommt ja jetzt gar nicht mehr dran. Oh, die Schitter. Ja, ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Was ist denn mit dem Mähweg los? Keiner, nein. Wir haben hier echt ein Schlepperproblem in letzter Zeit, ne? Ne, ich klein. Ne, ist die Lage. Habt ihr auch so gute Laune wie der Svenny heute? Dann bin ich ja beruhigt, ne? Dann bin ich ja beruhigt, ne? Und ich hab den Schlepper nicht aktiviert, ne? Mach mal an den Hubel. Ja. Wir haben hier ein Schlepper. Ich muss das zu sehen. Ne, ich mache jetzt ein Schlepper. Wir haben hier über die Schlepper. Wir haben hier über die Schlepperaufgabe, wie gesagt. Ich kann aber auch richtig viel einen rausgehauen da ab, ne? Schon schön. Aber wo haben denn die Schweine da drinne Platz? Oder sind die nur frei anlaufen? Nur frei anlaufen, ne? Okay. Jetzt kann es nicht sein, ne? Wir haben hier einfach zu wenig Leistung. Du kannst das vergessen mit den Schleppern, wo du normal mitspielst. Hier zu spielen. Geht nicht. Wir müssen den Fuhrpark komplett umstellen. Oh nee, Malle. Gefällt mir gar nicht, ne? Dieser Gedanke. Was wird sie machen? Hm. Ich kann ja nicht mehr wechseln, ich kann ja nicht mehr umstellen. Manet Es gefällt mir gar nicht. Oh, das läuft. nicht gut, aber es läuft wenn er mal erst in Schwung ist, dann geht das ja alle aber bis sie in Schwung kommen dauern ewig da haben wir eine Zähne raus das ist schön mit was für mod package oder schlepper package spielen wir denn jetzt hier wollen wir ja schon ein bisschen was für Leistungsumwunser also da kommen wir nicht drum rum die sieht es ja selber das ist ja mehr Quälerei wie alles andere das ist ja nicht schön das ist ja mehr Quälerei wie vor von 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 Hier geht's. Das geht zu mir. Da müssen wir uns was überlegen. Wir schleichen hier mit einem neuen Korn. Wir helfen kannst dir so immer. Das ist ja kein Problem. Ich liebe eigentlich die Schlepper, die ich jetzt hier habe. Wenn wir... Satan. Das geht doch auf die Puntse aus. Das ist nicht so prickelnd. Jetzt kommt wieder so eine Rampelung. Dann sind wir gelangt wieder in der zweiten Schlepper. Nee, macht's. Da ist der Ding, der so offen ist. Das ist aber auch nicht schön, oder? Wir haben mehr Fronten hier weg. Hört ihr mich nach? Ja, ne? Ich bin immer noch nicht mit der Stellung des Mikros zu fliegen. Ich bin da ganz ehrlich, aber... Oh, das geht nicht. Mann, 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 Mann. Heute ist es... Wie gesagt, es ist noch Montag, wo ich aufhöre. Ich war heute in Ali einkaufen. Ich habe weniger in meiner Einkaufstasche gehabt, wie beim letzten Mal. Und habe 10 Euro mehr bezahlt, wie beim letzten Mal. Und schon mehr als 10 Euro. Wo habe ich das gedacht? Also so langsam... Puh! Wie kann es ja nicht mehr bezahlen, die Nies? Ey, alternein, ey. Also schlimmer darf es nicht mehr werden. Für die paar Klamotten, die ich da eingekauft habe, habe ich über 53 Euro gezahlt. Und man muss bedenken, ich brauche kein Mittagessen kaufen, weil Mama unten kocht, ich gebe unten Geld ab, ja. Aber... Da ist Katzenfutter, da war Milch bei, ein bisschen was zu trinken. Ja, und noch ein bisschen was für Brotzeit, ne. Aber 53 Euro, letztes Mal habe ich viel weniger bezahlt. Da habe ich knapp 40 bezahlt, ne. Aber... Und hatte mehr in der Tasche, wie diesmal. Aber ey, schlimmer darf es doch nicht mehr werden. Wie willst du denn da dein Lebensunterhalt auch verdienen? I don't know, ey. Aber... Läuft in Deutschland. Crazy shit ist das. Wenn du ein Essen demnächst schon rumknuspern musst, ey, dann läuft es in Deutschland. Aber das soll ja wahrscheinlich eh drauf hinauslaufen. Wenn du denn nächstes nicht mehr einkaufen gehst mit dem, was du haben möchtest, sondern mit dem, was du kriegst, oder so, ne. Aber ey, das ist schlimm. Heider nein. Das soll es so noch Spaß in der Backen haben, ne. Und auf der anderen Seite, wie ist sie überall wieder beschnitten, ist hier noch und da noch. Bis da weniger Geld und das hier noch mehr bezahlen. Das macht manchmal keinen Spaß. Mal ganz ehrlich. Sorgen darfst du ja auch nichts in dem Sinne, ne. In der Werkstatt habe ich schon gar nicht mehr den Mund aufgemacht, ne. Weil alle anderen meinen, ja, puh, scheißegal, ne. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs zu gucken, bis hierher, ne. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Dornschild freuen. Mir ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, ne. Und dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.